Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen wieder Overcooked 2. Bei mir ist die Anna. Hallo. Und wir fahren jetzt zu einem neuen Level. Wir haben gerade hier drei Sterne gewohnt. Das war super. Wir sind im Surf & Turf DLC. Wir haben jetzt die Hauptkampagne durchgespielt. Vielleicht spielen wir davon noch ein paar Level, weil man kann jetzt auch vier Sterne erreichen in den Leveln. Und wir haben jetzt ein neues Level vor uns und wir gucken mal rein und schauen, was war zu reißen in dem Level. Ich wünsche euch viel Spaß. 480 sind drei Sterne Highscore. Mal gucken. Wir sind noch relativ früh bei der dritten Welt. Ich fühle das Eichhörnchen. Die Anna ist das Rentier. Ich mache Banane-Ananas. Ich gehe mal oben rum. Machen wir es so. Das ist gut. Das geht nicht immer. Da ist Feuer. Ach, scheiße. Jetzt werde ich runterholen. Da mache ich den zweiten. Das ist ja alles. Oh je. Oh je. Ich kriege. Ich mache jetzt das. Das ist gut. Ich mache die Rettung. Das ist gut. Ich mache das. Ich mache die Rettung. Da mache ich ein bisschen stäcke. Und daico fokasse. Oh, das war ein Teller, das ist nicht super. Jetzt kommen wir uns wohin. So ein Feuerlöscher? Wir hatten nur Spritzpistole, aber ich habe es gerade selber hier retten müssen. Okay. Dann ist es wohl warm. Ganz schön süß mit dem Feuer. Die sind auch zum Abspülen geraubt. Kann man nicht abspülen? Ja, mit der Spritzpistole. Wart die Spritzpüle rüber? Ja, bitte. Ah, sauber. Okay, ich mache den nächsten mit Banane-Ananas. Ah, scheiße. Ich denke, ich muss ja schneiden. Oh, ich komme zum Hähnchen nicht hin. So etwas Blödes. Okay, es sieht total easy aus. Ist es aber nicht. Es ist total nervig, meine Feuer. Immer nervig. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Oh Gott! Wie kann das sein... Geh weg bitte! Kann das sein, dass ich nur zwei Cocktails geschafft habe? Der ist der Oberklass. Ich schaffe jetzt auch nichts mehr. Oh wei, oh wei. Da brauche ich einen dritten Feuerlöscher, ne? Ja, oder jemand, der das generell übernimmt. Okay, 480 ist jetzt machbar. Aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Das muss das erst mal langen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Servus, macht das gut. Oh! Das, das war sehr.